Hey Leute, willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute haben wir supersüße News von unserer Lieblings-Tennisspielerin Sabine Lissicki. Die 34-Jährige ist überglücklich und zeigt stolz ihre Babykugel. Zusammen mit ihrem Verlobten erwartet Sabine noch in diesem Jahr ihr erstes Baby. Vor drei Monaten hat sie die wunderbare Nachricht öffentlich gemacht und seitdem hält sie ihre Fans auf Instagram auf dem Laufenden. Jetzt, wo ihr Babybauch immer deutlicher zu sehen ist, hat Sabine ein neues, wunderschönes Foto geteilt. In einer entspannten kackifarbenen Jogginghose und einem schwarzen bauchfreien Top strahlt die werdende Mama vor einer traumhaften Sommerkulisse auf einer Steintreppe. Einfach bezaubernd. Unter dem Foto gibt uns der Tennis-Star ein Schwangerschafts-Update, weil so viele von euch fragen, wie es mir in der Schwangerschaft geht, dem Baby und mir geht es gut. Aber ganz ohne Herausforderungen läuft es nicht, es gibt so einige Herausforderungen, die eine Schwangerschaft mit sich bringt, aber es ist nichts, womit wir nicht umgehen können. Vor ein paar Wochen hat Sabine ihrer Community schon ein bisschen mehr verraten, Müdigkeit und Unwohlsein sind oft an der Tagesordnung und nachts hat sie mit Schlafproblemen zu kämpfen. Ich schlafe viel mehr als sonst, aber habe viel weniger Energie. Nachts muss man mehrfach auf Toilette und somit ist der Schlaf alles andere als erholsam. Trotz allem bleibt Sabine zuversichtlich und stark. Wir drücken ihr und ihrem Baby die Daumen und freuen uns auf weitere Updates von ihr. Wenn ihr mehr über Sabines Schwangerschaft erfahren wollt, abonniert unseren Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal.